Und im Moment melden die Agenturen, dass offenbar ein 20-jähriger Schüler in Mittelhessen im Zusammenhang mit dem Datenklau festgenommen wurde. Und der Datenklau ist natürlich auch Thema von unserem Tagesgespräch, das ich heute mit Michael Höferlin von der FDP führe. Er ist digitalpolitischer Sprecher und Obmann im Ausschuss Digitale Agenda. Guten Tag, Herr Höferlin. Guten Tag. Sie werfen der Bundesregierung und speziell Innenminister Horst Seehofer ein unprofessionelles und unkoordiniertes Vorgehen vor. Was ist denn daran unprofessionell und unkoordiniert, wenn sich der zuständige Minister erst mal ein Bild verschafft und erst dann an die Öffentlichkeit geht? Ich möchte, dass ein Innenminister die Speerspitze bei der Cybersicherheit ist und vorangeht, die Dinge in die Hand nimmt und koordiniert. Was er erneut macht, ist, er lässt seine Behördenchefs vorgehen, lässt sie, naja, erklärungswürdig, das müssen wir noch klären, Kommunikation betreiben. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon erlebt. Und am Ende, wenn sich die Wogen geklettert haben, auch medial, dann tritt er vor die Presse. Ich möchte aber einen aktiven Innenminister. Und hier geht es darum, die Behörden, die auf der Bundesebene zusammenarbeiten müssen, besser zu koordinieren. Jeder kann nicht vor sich hinwursteln, wie er das möchte. Und das ist Aufgabe des koordinierenden Ministeriums, konkret von Herrn Seenhofer. Aber Herr Höferlin, ist das nicht auch ein aktives Vorgehen, sich bevor man eben vor die Presse tritt? Und das tut er ja heute. Er schickt ja jetzt nicht nur die Behörden vor, dass er sich erst mal informiert. Also man könnte ja auch sagen, so schnell wie in diesem Fall war Seehofer noch nie beim BAMF-Skandal im vergangenen Jahr zum Beispiel. Da dauerte die Aufklärung ja mehrere Monate. Ja, es ist schneller geworden. Das möchte ich ihm zugestehen. Da haben Sie recht. Allerdings, Sie haben selbst den Vergleich gebracht. Der BAMF-Skandal zeigt seine Arbeitsweise. Und ich glaube, das ist bei der Cybersicherheit nicht angemessen. Wir haben auch die Frage zu klären. Im Innenausschuss wird das Thema werden ganz sicher in der Sondersitzung. Warum haben die Behörden nicht miteinander gesprochen? Es gibt ja Hinweise und auch eigene Erklärungen der Häuser. Zum Beispiel das BSI, Erkenntnisse, Teilerkenntnisse zu haben, aber nicht die richtigen Schlüsse vielleicht gezogen zu haben. Jetzt ist das BSI keine Ermittlungsbehörde. Das BKA oder andere Behörden schon. Und warum sprechen Bundesbehörden nicht miteinander? Wir haben das in der Vergangenheit in anderen Fällen, ganz anderen Fällen schon gehabt, dass Bundesbehörden nicht miteinander reden. Und dies zu koordinieren ist nicht Aufgabe zwingend der Behördenchefs, sondern eben vor allen Dingen auch des Ministers. Und Sie haben völlig recht, sich eine Lage Überblick zu verschaffen. Das gehört zur Selbstverständlichkeit. Darüber muss ich eigentlich nicht reden. Aber wie gesagt, ich erwarte von ihm mehr, als nur im Hintergrund irgendwann mal dann vor die Presse zu treten. Sie haben die Defizite, die Sie dem BSI vorwerfen, eben genannt. Fordern Sie den Rücktritt des Präsidenten Schönbohm? Ich fordere überhaupt keine Konsequenzen, sondern ich glaube, dass wir jetzt an der Aufklärung hohes Interesse haben. Die Behörden sollen jetzt ihre Erkenntnisse austauschen, miteinander reden. Ich bin der Meinung, wir brauchen eine stärkere Koordinierung überhaupt in der Bundesregierung. Die einzelnen Minister, auch die Staatssekretäre, treten jetzt mit irgendwelchen Ideen an die Öffentlichkeit, die teilweise überhaupt nichts mit der aktuellen Frage zu tun haben. Ich habe den Eindruck, jeder schaut jetzt in der Schublade, wo er ein Konzept liegen hat, in dem das Wort digital vorkommt und möchte das jetzt noch hier in den Kontext einbringen. Es zeigt, dass diese Bundesregierung beim Thema Cybersicherheit, überhaupt beim Thema Digitales, wieder einmal nicht den Überblick hat. Das muss besser koordiniert werden. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder bessere Koordination der Digitalpolitik auch gefordert, zum Beispiel in einem Digitalministerium. Herr Höferlin, aber machen sich die Abgeordneten oder jetzt auch die FDP nicht auch ziemlich leicht, wenn man jetzt sich darüber echauffiert, dass Behörden bestimmte Dinge vielleicht unterlassen haben oder nicht ordentlich gearbeitet haben? Es geht ja auch um Eigenverantwortung, wenn man offensichtlich selbst fahrlässig mit Passwörtern umgegangen ist. Also wie steht es um die Eigenverantwortung der Abgeordneten? Sie haben völlig recht. Wir machen es uns aber trotzdem nicht leicht. Es ist unsere Aufgabe als Abgeordnete, insbesondere als Oppositionsabgeordnete, schlechte Koordination in der Bundesregierung zu kritisieren. Und das tue ich hier. Das Weitere, das haben Sie völlig zu Recht gesagt, ist die Eigenverantwortung. Es geht darum, dass immer noch sehr fahrlässig, übrigens nicht nur von Persönlichkeiten des öffentlichen Interesses und Abgeordneten, Politikern fahrlässig mit privaten Zugangsdaten umgegangen wird. Es hilft auch nichts, hier Anbieter in die Verantwortung zu nehmen, wenn nachher schlechte, kurze, unsichere Passworte oder immer die gleichen Passworte für die Zugänge benutzt werden. Insofern ist es richtig, wenn Experten sagen, wir brauchen eine bessere Bildung in dem Bereich, in der Breite. Viele Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, sind dauernd von solchen Vorfällen betroffen. Da geht es aber nicht um die Handynummern von bekannten Persönlichkeiten, sondern meistens um deren Bankkonten, etwas, was sich dann zu Geld machen lässt. Die kennen das aus ihrem Leben. Das senden sie aber nicht in ihre Sendung und das steht auch nicht in der Zeitung. Trotzdem bleibt es für die Menschen ärgerlich, wenn ihre persönlichen Daten oder Bankdaten öffentlich werden oder benutzt werden. Von daher, sie haben Recht, jeder muss mehr auf seine eigenen Dinge achten, auf die Internetsicherheit, auf seine eigene Sicherheit bei diesen Passworten. Es muss ein anderes Bewusstsein bei uns, bei der Digitalisierung stattfinden. Nicht nur bei Politikern und Personen des öffentlichen Lebens, sondern bei allen Personen. Sie haben es angesprochen. Was ist mit dem sogenannten Cyberabwehrzentrum? Da haben wir heute Morgen gehört, das soll ausgebaut werden zu einem Cyberabwehrzentrum Plus. Welche Rolle spielt dieses Abwehrzentrum eigentlich generell? Also es heißt ja, dass das eigentlich nur dort bei Bedarf den Betrieb aufnimmt. Ist das nicht eigentlich total kontraproduktiv? Es ist zu wenig und deswegen ist der Vorschlag richtig. Er ist aber eigentlich nicht besonders neu. Es wird schon lange darüber gesprochen, dass ein Lagezentrum, das Cyber-Sicherheit beobachten soll, nicht immer erst dann zusammentreten kann, wenn was passiert ist. Da arbeiten im niedrigen, zweistelligen Bereich Menschen miteinander, übrigens verschiedene Behörden. Die sollten regelmäßig in einem 24-7-Betrieb miteinander arbeiten und nicht am Wochenende in das Wochenende gehen, auch wenn ich es Ihnen gönne. Persönlich, es geht darum, da abwehrbereit zu sein und zwar rund um die Uhr. Von daher ist der Vorschlag richtig. Er ist aber auch jetzt eine Sache, die schon längst in der Schublade lag. Das war längst überfällig, dass das Cyberabwehrzentrum rund um die Uhr besetzt wird. Ich sage Dankeschön, Manuel Höferlin, digitalpolitischer Sprecher der FDP. Ich danke Ihnen für das Gespräch.